Herzlich willkommen in Schwieberdingen. Ich begrüße Sie hier aus unserer Ortsmitte in einer Gemeinde, die sich in den letzten Jahrzehnten zu einer lebens- und liebenswerten Wohngemeinde und zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort entwickelt hat. Schwieberdingen zeichnet sich aus durch ein breites Angebot für Kinder, für Jugendliche, für Familien und für unsere Senioren. Deshalb lade ich Sie herzlich zu einem Besuch nach Schwieberdingen ein und freue mich auf ein Wiedersehen in unserer schönen Gemeinde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020